Die Fronten bleiben verhärtet. Vermittlungsbemühungen der EU zwischen Serbien und dem Kosovo waren abermals erfolglos. Die Vertreter beider Konfliktparteien lehnen sogar direkte Gespräche miteinander ab. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell traf den serbischen Präsidenten Alexander Vucic und den Regierungschef des Kosovo Albin Kurti deshalb in Brüssel zu getrennten Beratungen. Nach vierstündigen Beratungen denke ich, dass die beiden Anführer den Ernst der Lage verstanden haben, aber offensichtlich befinden sie sich in unterschiedlichen Situationen, haben unterschiedliche Ansätze, unterschiedliche Interpretationen der Ursachen, aber auch der Auswirkungen, Konsequenzen und Lösungen. Auslöser der jüngsten Spannungen im Nordkosovo war ein Beschluss der Regierung in Pristina, ethnisch-albanische Bürgermeister in vier Gemeinden mit serbischer Bevölkerungsmehrheit einzusetzen. Serbische Bewohner im Norden des Landes hatten zuvor die dortigen Kommunalwahlen boykottiert. Borrell fordert nunmehr erneut Neuwahlen mit Beteiligung der serbischen Minderheit. Das Kosovo mit seiner mehrheitlich ethnisch-albanischen Bevölkerung hatte im Jahr 2008 seine Unabhängigkeit von Serbien erklärt, wird aber von Belgrad bis heute als serbische Provinz betrachtet. Auslöser der jüngsten Spannungen im Norden des Landes